Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Fidelity Kanal. Mein Name ist Dimi, neben mir sitzt Hajo und heute haben wir was für die Monitor Audio Fans. Und zwar vergleichen wir die Vorgängerserie Bronze gegen die neue Bronze Serie, und zwar die fünfte Generation gegen die sechste Generation. Hinter uns seht ihr die Bronze 6 und die Bronze 500. Also die Bronze 6 ist die alte Generation und die Bronze 500 ist die neue. Das wird ein sehr interessanter Test und nur mal ganz kurz zur Verkabelung, damit ihr wisst, was wir daran angeschlossen haben. Wir haben einen Cambridge CX-A81 Verstärker, dazu den Bluesound Note 2i als Streamer, den wir häufig verwenden. Das ist einfach, das ist ein guter Streamer in einer guten Qualität und vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach sehr gut. Wir haben ein Black Connect Opto-Digital-Kabel daran angeschlossen, ganz simpel. Und ja, Lautsprecher-Kabel auch nicht zu vergessen, ein Gold-Kabel Chorus. Und wir haben natürlich an beiden Lautsprechern dasselbe Kabel angeschlossen, damit das auch fair ist. Ja genau, vielleicht noch mal, ich freue mich erst mal, dass wir hier wieder sitzen, muss ich sagen. Wir hören auch von euch wirklich viele positive Kommentare. Wir haben, wir finden das großartig, weil es uns auch Spaß macht, dass mal immer wieder als Vergleich irgendwie was zu haben. Heute haben wir eben die Bronze, was Dimi schon sagte. Die Bronze besteht, die neue Bronze Serie besteht aus acht verschiedenen Modellen. Es gibt zwei Regal-Lautsprecher, zwei Stand-Lautsprecher, ein Dipol-Lautsprecher, ein Center, ein Sub. Und das ganz besondere ist, es gibt jetzt auch einen Atmos-Lautsprecher, nennt sich AMS. Das heißt, der reflektiert praktisch über die Decke, schafft er für euch praktisch Atmos. Das macht er auch in der Regel gut. Wir kennen das von anderen Marken schon her, jetzt hat Monitor Audio nachgezogen. Das ist übrigens das erste Mal, dass sie so einen Lautsprecher auf den Markt bringen, jetzt mit der Bronze Serie. Wie gesagt, ganz spannend. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Dimi fängt an mit dem ersten Song, so wie ihr das kennt. Wir haben beide zwei Songs wieder vorbereitet und Dimi startet. Ja, und weil einige Freunde von mir und Bekannte von mir, die wissen, dass ich leidenschaftlich Rap höre und haben sich beklagt, warum ich eigentlich keine Rap-Musik abspiele. Deswegen mache ich das heute auch. Das passt auch ein bisschen zu Monitor Audio, muss ich sagen. Monitor Audio ist für mich der klassische Allround-Speaker. Das war es, das war ja seit jeher, seit der ersten RX-8, die ich kennengelernt habe. Konnte man damit super Pop, Rap, alles was irgendwie, oder House auch. Was ein bisschen kräftiger ist. Genau, das konnte man immer sehr gut damit hören. Und die anderen Musikrichtungen konnte Monitor Audio eben auch gut abbilden. Und deswegen ist das für mich der Allround-Speaker. Ich fange an mit Drake, Gards Plan. Und auch ganz interessant, ich spiele gerade über Cobus ab. Und da gibt es den Titel auch als Hi-Res-Variante. Und wir hören zuerst die alte Serie und schalten dann oben praktisch auf die neue Serie. Dass ihr wisst, was ihr zuerst hört, das ist also die 5G. In dem Fall vielleicht rein optisch betrachtet, wenn wir jetzt mal links betrachten, das ist die innere Box, ist die 5G. Die äußere Box ist die 6G, die etwas flacher ist, die also einen größeren Bass auch hat, wie ihr seht, und auch Mittel-Töner. Dass ihr einfach wisst, womit wir beginnen. Also 5G, die alte Serie. Und damit beginnen wir. Ja, ich glaube, ich fange auf. Ja, fange an. Logisch. Ich muss sagen, also die alte Serie ist schon besonders gut. Die Bronze 6 ist das ja. Fünf ist die alte. Sechs ist die neue. Bronze 6, ich meine den Lautsprecher. Bronze 6. Achso, dann machen wir es nochmal. Aber, aber... Schlecht. War eigentlich auch ganz lustig. Lassen wir es drin. Auch ganz lustig. Also, fünfte Generation, Bronze 6. Für mich. War auch ganz gut. Und die sechste Generation, Bronze 500. Das ist der neue Lautsprecher. Unterschied, also im Bassbereich etwas stärker. Liegt wahrscheinlich an der Membran. Das fällt ja auf, dass die auch ein bisschen größer ist. Dementsprechend klingt das auch so. Und ich habe das Gefühl, dass der Hochtoner etwas verbessert wurde. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die alte Serie irgendwie viel schlechter ist. Das war auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der Hochtoner ist etwas verfeinert worden. Also insofern, immer wenn es eine Verbesserung gibt, ist es ein Plus für Monitor-Audio, muss ich sagen. Ich sehe genauso wie du. Also ganz offensichtlich muss man sagen, das hörte man sofort, als der Bass einsetzte. Der Bass war präsenter. Der war kräftiger, definitiv. Hochton sehe ich genauso. Das war alles ein bisschen, wir hatten, ich würde sagen, so ein bisschen straffer. Aber nicht kalt, überhaupt nicht. Es war alles warm und super. Es klang auch toll, muss ich sagen. Es ist die Nuance, die die neue Serie besser macht. Ein bisschen besser macht, letztendlich. Aber ich sehe es genau wie du. Die alte Serie ist ein Kracher. Und auch super gewesen, muss man sagen. Wird abgelöst durch das etwas Bessere. Ja, genau. Also würde ich auszusehen. Machen wir direkt weiter. Jetzt bin ich dran. Ich habe mir ausgesucht für euch von Queen Bohemian Rhapsody. Das ist, glaube ich, von Lifekillers 1979 ist das Album erschienen. Und warum habe ich das Stück ausgesucht? Das hängt damit ein bisschen zusammen. Queen hat immer so ganze Werke geschrieben für meinen Geschmack. Da ist sehr viel drin. Wir lassen das Stück auch etwas länger laufen, weil das Stück entwickelt sich. Es werden wahrscheinlich alle von euch kennen irgendwie. Aber das Stück entwickelt sich und deswegen wollen wir ein bisschen länger reinhören. Vielleicht zwei Minuten, zwei Minuten, zwanzig. Ihr wisst, wir machen ja meist so 90 Sekunden, circa anderthalb Minuten. In dem Fall ein bisschen länger. Und ich würde sagen, geht los. Demi, ich fange an. Alles klar. Also wenn ich die ersten zehn Sekunden mitgesungen habe, tut es mir leid. Ich habe vergessen, dass ich ein Mikrofon hier drunter habe. Und falls ihr das hört, dann seht ihr es mir nach. Ich war danach aber still, wie ihr es mitgekriegt habt. Also hier hat für mich die neue Serie einen Tick mehr gepunktet als eben. Für mich zwei Sachen. Das eine war, wenn man das Becken vom Schlagsässig angehört hat, wie das praktisch ausklingt, war das für mich präziser als bei der 5G. Und also bei der alten Serie praktisch. Das war das eine. Und ich bin immer sehr fixiert auf Klavier. Und da fiel es mir auf. Genau. Da fiel mir auf. Der Flügel. Er spielt ja selbst am Flügel oft für den Mercurier oder hat gespielt. Da war es so, dass der Flügel für mich also wirklich analog rüberkam. Also das war ein Instrument, was ich gehört habe. Das war natürlich auch analog. Aber ich fand es einfach klarer. Ich fand jeden Ton etwas präziser. Und das war für mich definitiv ein Tick mehr noch als eben. Als wir sagten ja auch. Eine Tendenz natürlich zur neuen Serie. Aber hier war es für mich ein Quäntchen mehr. Wie siehst du das? Also mir ist es aufgefallen, auch am Anfang ist das ja so ein Hin-und-Herspiel zwischen linken und rechten Lautsprecher, wo er sagt, little high, little low. Da ist das einmal links, einmal rechts. Das war irgendwie dynamischer, ging das hin und her. Und auch das Klavier springt ja direkt danach ein. Und das war auch viel dynamischer und hat auf jeden Fall für mehr Emotionen gesorgt. Dass man auch, ja, also die Emotionen, die waren die ganze Zeit da. Man war auch gespannt, was passiert danach. Das war schon ziemlich cool. Ja, fand ich auch. Cool. Jetzt bin ich wieder dran. Und zwar ein Rap-Klassiker, Eminem, Lose Yourself. Ich finde den Titel, ich konnte den damals in- und auswendig. Ich glaube, jetzt kann ich auch noch viele Zeilen auswendig. Ich denke, da ist ein Mikro dabei. Genau. Mich hat dieser Song immer fasziniert. Der erzählt ja auch ein bisschen über seine Anfänge, wie er ins Schwitzen geraten ist, während er seine Rap-Karriere starten wollte. Und das ist auf jeden Fall schon ein bisschen emotional in der Branche, sag ich jetzt mal. Lose Yourself von Eminem, geht los. Pure Emotion. Bei dem Song sowieso. Und bei den letzteren Lautsprechern, bei der neuen Serie auch vor allem. Also ich musste mich schon ein bisschen zusammenreißen. Ich wollte aufstehen und den hier machen. Ich fand das schon ziemlich cool. Auch Hajo meinte das auch eben gerade ganz am Anfang, wo das Knistern anfängt. Allein da hat man das schon gemerkt, dass die neue Box klarer ist einfach. Viel dynamischer, haben wir auch davor schon gesagt, im Bassbereich. Macht einfach viel mehr Spaß. Genau. Also ich will das gar nicht so vertiefen, aber letztendlich ist es genau, was du sagst. Der Anfang ist ja eine Schaltplatte praktisch, die eigentlich spielt. Dieses analoge Knistern und so weiter. Und das kam wirklich viel präziser rüber. Wirklich ganz deutlich, muss man sagen. Besser rüber. Also da auch die klar bessere Box, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Trotzdem keine Schärfe drin. Nichts an Schärfe. Das ist ganz wichtig. Für mich wäre das ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, das wird alles so ein bisschen kalt. Um es so auszudrücken. Gar nicht. Ganz warm, ganz wunderbar. Ne, fand ich auch. Spitzenmäßig. Und mitgewippt haben wir alle drei. Genau. Hat man wahrscheinlich am Kopf gesehen irgendwie, dass wir alle irgendwie dabei waren. Ist auch ein Zeichen finde ich immer, dass man bei der Musik, das kriegen wir oft mit, wenn wir Kunden haben. Dass irgendwann angefangen wird, dass das Bein zum Beispiel, also dann wippt man plötzlich mit. Dann merkt man auch, der Kunde ist jetzt richtig in der Musik drin, das findet er richtig toll. So kriegen wir das natürlich auch so ein bisschen mit. Und das war bei uns eben auch. Wir haben mit allem gewippt, was wir hatten. Und hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay, kommen wir zum letzten Song. Das ist von mir jetzt einer, ich habe mir mal gedacht, wir machen was ganz anderes mal im Sinne von Disco-Zisco. Und wir machen mal ein bisschen Disco-Musik. Da habe ich mir ausgesucht von Chic Lip Freak oder auch Freak Out. Den Song finde ich eine absolut gute Laune Musik. Und gute Laune haben wir hier eigentlich fast immer. Aber da kann ja ruhig noch mal ein bisschen Musik zukommen. Und Disco, ich weiß nicht, ob ihr das hört zu Hause. Ich höre tatsächlich ab und zu Disco zu Hause. Und ich finde das, wie gesagt, gute Laune pur. Ich hoffe, das kommt auch gleich so rüber. Und ich würde sagen, folge was voraus. Ach, was habe ich hier gemacht? Irgendwas läuft gerade nicht. Lassen wir auch laufen. Also Musik hatten wir eben an übrigens, aber hinten im Laden irgendwo. Das war die falsche Zone. Multi-Room machen wir übrigens auch. Ja, genau. So, jetzt haben wir auch den richtigen Raum. Funky, würde ich sagen. Auf jeden Fall Funky. Ich finde, was man hier gut gehört hat, von der alten zur neuen Serie war die Trennung des Gesangs, der Stimme zu den Instrumenten. Das fand ich nämlich deutlicher, klarer, gleich am Anfang schon. Fand ich das bei der neuen Serie besser. Also bei der Bronze 500 zu der Bronze 6 praktisch der alten Serie. War für mich ganz klar. Es kam ein bisschen funkiger rüber. Das war zumindest mein Empfinden dabei. Und ja, aber es ist wirklich haarscharf. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Die von euch, die jetzt die Bronze in Anführungsstrichen alt haben zu Hause, haben tolle Boxen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die spielen das richtig gut. Und ich würde auch sagen, also wer mal irgendwann die Bronze 5G, um da mal bei der Terminologie zu bleiben, also die alte Serie sozusagen, irgendwie mal als Schnapper kaufen kann, der macht absolut keinen Fehler. Das ist eine richtig tolle Box oder tolle Boxen, muss man schon sagen. Von daher, wie gesagt, das Bessere ist das guten Feind. Ihr kennt den Spruch. In dem Fall passt das hier sehr genau. Und ich muss sagen, also klasse, wieder das kleine Plus bei der neuen Serie. Ganz klar muss ich schon sagen, das kleine Plus aber wohlgemerkt. Fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Bevor ich was dazu sage, wir haben zwischendurch, habt ihr vielleicht auch gemerkt, als wir die erste Box abgespielt haben, also die Vorgängerbox abgespielt haben bei dem Song, in der Mitte des Songs ein bisschen die Lautstärke angehoben. Ja, stimmt. Also nicht, dass ihr denkt, das ist dann unfair, aber wir haben dann auch wirklich ein gutes Stück danach gehört. Ganz genau. Und dann mit derselben Lautstärke auch die neuen Lautsprecher gehört. Ich fand sie, also da hat man schon wieder den besseren Hochtöner gemerkt, ich fand sie wieder offener. Aber sonst insgesamt muss ich auch sagen, auch bei dem Song fand ich die alten Lautsprecher, also die Vorgängerserie, auch recht groovig. Ja, definitiv. Auch wirklich sehr schön. Hat Spaß gemacht. Bisschen offener noch mit der neuen Serie. Ja, genau, sehe ich auch so. Also, Resümee ist praktisch des heutigen Videos, dass die neue Serie tatsächlich, denn eben auch die wirklich etwas bessere ist, sozusagen der Lautsprecher der neuen Serie. Wir haben gehört, die Bronze 500 gegen die Bronze 6 5G. Die neue heißt Bronze 506 G. Ist kompliziert. Ich hoffe, dass ihr das so mitbekommen habt. Und was wir vorhaben ist, wir werden demnächst noch ein Video drehen. Und zwar wollen wir gerne nochmal vergleichen die Bronze 1. Das ist wirklich ein kleiner Regallautsprecher gegen die Bronze 50. Das ist dann eben die neue Serie. Susanne, auch Demi und ich werden das auch wieder machen. Im gleichen Raum. Wir werden das genauso machen wie jetzt praktisch. Für die, die sagen, große Lautsprecher interessant, aber ich brauche eigentlich kleine Lautsprecher. Ich kann die großen gar nicht stellen. Sollt ihr selbstverständlich auch den Vergleich haben. Auch das werden wir demnächst online schalten, sozusagen freischalten bei YouTube. Wir drehen den Film auch demnächst. Ihr braucht nicht lange darauf warten. Vielleicht eine Woche, anderthalb Wochen, dann ist das auch für euch scharf geschaltet. Und ja, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Uns hat Spaß gemacht. Vielleicht nochmal erwähnen, wir haben die Box noch nie gehört. Könnt ihr glauben oder nicht, wir haben sie nicht gehört. Wir haben gerade erst ein Unboxing gemacht vor kurzem und haben die Box praktisch in den Raum gestellt. Haben heute das erste Mal die neue Bronze 500 gehört. Das ist wichtig, das zu erwähnen, finde ich, weil damit nichts eingefärbt ist. Sondern wir haben sie wirklich hingestellt, angeschlossen, angemacht, gehört. Und das ist wirklich so, wie wir es empfinden praktisch gerade. Hoffentlich auch bei euch gut rüber gekommen. Also, wir hoffen, dass... Darf ich kurz mal abschließen? Darf ich abschließen? Ja, natürlich, sehr gern. Sorry. Ich habe noch was auf dem Herzen. Und zwar wollte ich mich auch nochmal... Du hast es am Anfang auch schon gesagt, dass ich bedanke für die Kommentare. Das wollte ich auch nochmal machen. Vielen Dank für die vielen Kommentare, sehr viele positive Kommentare. Wir lesen natürlich alles und lesen auch die Kritik. Und die ist auch oft sehr berechtigt. Das wollte ich an der Stelle unbedingt einfach mal sagen. Und wir sind auch bemüht, auf jeden Fall so viel wie möglich davon umzusetzen. Also vielen Dank für diese... Auch für die Kritik. Denn das nehmen wir uns zu Herzen und versuchen wirklich unsere Videos von Zeit zu Zeit zu verbessern. Und ich hoffe, ihr merkt das auch. Ich habe auch von einem gelesen, der hat Kritik geäußert und zum Schluss trotzdem geschrieben. Aber Daumen hoch, klasse Videos. Und so wollen wir das eigentlich auch hören. Werden wir weitermachen. Also wenn euch die Videos gefallen, bitte abonniert den Kanal. Und hinterlasst ein Like. Kommentiert. Und wir sind auch übrigens auf Facebook und Instagram unterwegs. Bis hierhin erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.